In Zeiten des Web 2.0 gilt, Ihr Erfolg ist nur so gut wie Ihre Texte. Lernen Sie, wie Sie mit perfektem Schreibe kaufkräftige Besucher scharenweise anziehen und zu begeisternden Kunden zu machen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Wolfgang Grademacher und möchte Sie auffordern, das Federleicht lebendig Schreiben nicht nur für Ihre Webseiten selber zu nutzen. Unglaublich, ja gerade ungeheuerlich, was viele ahnungslose Webseitenbesitzer mit sich machen lassen. 3000 Euro und mehr lassen sich diese naivenen Simplen für ein schönes Design Ihrer Internetpräsenz oder Ihres Webshops von dreisten Webdesignern aus der Tasche ziehen. Ohne dabei auch nur einen müden Cent in den wirklich entscheidenden Umsatzbringer und Verkaufsmotor zu stecken. Den Text. Eine fatale Fehlentscheidung, die Ihre Existenz kosten kann. Denn wir leben mittlerweile im Zeitalter des Web 2.0. Nie zuvor hing Ihr geschäftlicher Erfolg so sehr von klarer Information, mitreißender Motivation und allgegenwärtiger Kommunikation ab. Nie zuvor war das Instrument Sprache so wichtig, um Ihre Ziele zu erreichen. Nie zuvor kam es so sehr darauf an, dass Sie eine Sache wirklich perfekt können. Federleicht lebendig Schreiben. Aber lässt sich das überhaupt erlernen, wie man so eine flotte Feder führt? Die Antwort von mir ist glasklar. Ja, das kann man lernen. Auch Sie können das. Lassen Sie sich von meinem einzigartigen Ratgeber federleicht lebendig Schreiben zeigen. Wie Sie fesselnde Bücher, Artikel, andere Texte veröffentlichen und damit viel Geld verdienen. Wie Sie wirkungsvolle Werbung formulieren, damit Ihre Produkte auch in Massen gekauft werden. Wie Sie mitreißende Pressemitteilungen und Beiträge für Ihre Blogs und Artikelportale verfassen, damit Ihre Leistungen über zahlreiche Informationskanäle des Web 2.0 überhaupt bekannt werden. Wie Sie anziehende Webtexte formulieren, damit Sie verkaufsstärke und zugleich Suchmaschinen optimierte Internetseiten erstellen können. Mir selbst ist die Kunst des federleicht lebendig Schreibens keineswegs in die Wiege gelegt worden. Vielmehr habe ich dieses Handwerk von der Pika aufgelernt. Dieses praxisnahe Know-how habe ich bei nahezu 38 Ratgeberbüchern einfließen lassen. Und der immer große Erfolg aller meiner Werke spricht für meine hohe Expertise. Schauen Sie mir einfach beim kraftvollen Ratgeberschreibens über die Schulter. Auch Sie können so federleicht lebendig schreiben. Damit halten Sie den entscheidenden Erfolgsfaktor für Ihre Verkaufsseiten selbst in der Hand. Lesen Sie diesen Ratgeber und Sie werden niemals mehr auf andere angewiesen sein, um jede Menge Leser für Ihre Dienstleistungen und anderen Veröffentlichungen zu finden. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgs-Online. Herzlichst, Ihr Wolfgang Grademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben, selbst wenn Ihnen das Wasser bis zum Halse steht oder Sie vielleicht die erste Welle schon geschluckt haben. Die Feder ist mächtiger als ein Schwert, berichtet schon ein englisches Sprichwort. Bleiben Sie stark! Bleiben Sie stark!